Puh, bestimmt nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Disco Jam. Und diesmal spiele ich hier mit einem voll perfektes Let's Play. Wir sind hier mit dem Game Over, dem Rookie Jammer. Oder auch den Jungen mit 20 Kindern im Keller. Erstens, halt dein Maul. Also, das für den Kindern ist nicht wahr. Der lügt. Ich starte jetzt erstmal, ist das klar? Er macht es. Ich verbringe hier meinen Geburtstag übrigens gerade mit diesen Typen. Und bin mal wieder die Schönste hier im Hof. Das ist gelogen, denn meine Mama sagte immer, ich bin die schönste Prinzessin. Ist das klar? Das wird auch nicht lang. Okay, okay, okay. Was war das denn? Keine Ahnung. Yo. Okay, verkackt. Okay, das ist das. Stimmt. Was war das denn? Weißt, ich bin einfach voll durchgechumpt. Du hast keine Chance gegen mich. Weißt du, die wirft schon, bevor ich überhaupt irgendwas drück. Schau, wie hast du den bitte jetzt bekommen? Das macht gar keinen Sinn, dass du den bekommen hast. Ich gewinne, Alter. Ich komme gar nicht dazu, irgendwas zu drücken, weil die den schon wirft, bevor ich überhaupt irgendwas gedrückt habe. Okay. Okay, nein, nein. Boah. Das macht gar keinen Sinn, dass du den bekommen hast, Alter. Der lag schon zwei Sekunden auf dem Boden. Ich bin halt gut. Schau mal, den hast du gar nicht bekommen, eigentlich. Schau, ich kann den gar nicht aufheben. Weißt du, ich rutsche da durch und kann ihn nicht nehmen. Was? Weißt du, dass ich bei mir auch bin, Alter. Das ist so dämlich. Ich weiß nicht mal, wie die Super-Attacke geht. Ich muss mal lernen, wie die Super-Attacke geht. Okay, das ist schon mies, wenn ich nicht weiß, wie das geht. X gedrückt halten. Weißt du, es ist in Tutorial kein einziges Mal vorgekommen, ne? Weil ich nur angemerkt habe. X gedrückt halten, während ich den Ball habe, muss der X gedrückt halten. Nein. Ah, okay. Also, wenn ich jetzt werfe, muss der X gedrückt halten, weißt du? Okay, tatsächlich. Okay, das ist so interessant. Okay, das ist so interessant. Jo, okay. Okay, ist das. Okay, ist das nicht. Okay. Okay, langsam verstehe ich das Spiel. Na, du hast also den Trick gegeben. Okay. Ich habe zum ersten Mal ein Set gewonnen. Und das ist das zweite Video. Okay, das geht's nicht. Man muss doch wissen, ich bin Anfänger, ja? Äh, ich auch. Ich habe halt schon ein Match gespielt. Ja, sechs Matches oder so. Keine Ahnung. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ich denke der ganze Zeit, dass ich auf X leide. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Nein, was? Jetzt hast du die Platte auch mal auf dem Hinterkopf bekommen. Verdammt. Warte mal, auf 4X leidet man eigentlich, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was das Leiden bringt. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ach, Mann. Voll reingeslinert und nicht gerechnet. Reingeslinert und nicht gerechnet. Ah, nein. Nice, nice, nice. Spundes Match. Ah, okay. Ich bin drüber gelaufen, kannst dich nehmen. Scheiße. Das kippst doch nicht, hör auf. Nimm mit. Nein, das kippst doch nicht. Jetzt lass es doch endlich mal, Alter, ehrlich. Nein, vergiss es. Verdammt, das hat viel Glück gegeben. Fuck. Oh, fuck, was ist ein Match? Das war knapp. Ich gewinne. Einfach so ein Lack, Alter, weil wir den so lang hin und her geworfen haben. Kampf, war kampf. Ich möchte immer rücken. Also, ja, man muss ja immer drücken, ne? Vergiss dich dauernd. So. Nein. Nein. Das leidet aber mal. Das ist ein Viereck, war das. Viereck, ja. Das leidet einfach vorbei. Läuft bei Jan. Jetzt. Das leidet aber manchmal auch sehr unpraktisch, weil manchmal, ja, kriegst du ihn halt dann doch nicht. Nein. Pro-Gameplay, halt. Einfach Pro-Gameplay. Okay, komm. Halt, ob es mich zurückgeportet hat. Hä, was war das denn jetzt? Der Ball war schon durch oder die Scheibe? Und du holst ihn einfach zurück. Ja, der ist schon durch gewesen. Schon, schon wieder. Okay. Okay. Jetzt hast du ihn selbst ins Obst gekekt, Alter. Ich weiß gar nicht, was das gerade war. Ich weiß gar nicht, was das gerade war. Keine Ahnung. Nein, das war wahrscheinlich deine Super, wenn du dich da. Nee, das war keine Super. Okay, leichter. Ups. Nein, okay. Nein, ey. Da ist ein unglücklicher in den Stream gekommen. Boi, ey. Oh, es geht schon los. Ich hab gar nicht gecheckt, dass schon los geht. Was? Hacker. Ah, fuck. Okay, okay, fuck. Männer. Ey, das gibt's nicht. Also, wenn er auf den Boden fällt, dann explodiert er. Okay, gut zu wissen. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Brustig. Okay, er war zwar schon auf den Boden, aber juckt ja keinen. Oh, nee, juckt keinen. Ja, okay. Ist ja nicht so. Ja, okay. Ist ja nicht so. Oh, nee, nee, nee. Aber nicht mehr. Juckt ihn nicht. Er holt ihn einfach safe. Liegt da schon seit 2 Sekunden. Aber juckt er keinen. Oh, fuck. Okay, ich hole den Sieg noch. Fack ist es, du Würstchen. Oh no! Ah shit, das wird blatt! Oh no! Nein! Fuck, nein! Yes! 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 Okay! Das lass ich nicht auf mir sitzen! Mein erster Sieg! Nein! 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 Pro Gameplay! Nein! 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 Einfach nur nein! Oh fuck! Okay! Okay! Stopp! Das ist Assi! Das ist Assi-assi-assi-assi-diss! Oh fuck! Ah fuck! Penne! Hol ihn dir! Komm! Okay, der war zwar durch, aber juckt ja keinen! Ah fuck. Und? Falsch. Falsche Seite. Ah, okay. Nein! Haha, nice. Ich krieg da so fast jeden Satz Punkt, jetzt gibt's da nicht. Was? Ey, das ist so assi, Alter. So erbärmlich. Okay, okay, okay. Oh yeah. Ich bin scheiße. Halt einfach mit der Maus. Ey. Hahaha. Boah, ich bin weggehaulert. Okay, das war dumm. Ich weiß nicht, wieso das immer passiert, aber das nervt mich echt arg. Was? Was? Hahaha. Er gibt den perfekten, Alter. Er gibt den perfekten Rückschlag, Alter. Hahahaha. Hahahaha. Wuuuhu. Weiß. No. 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 Hol ihn dir. Echt jetzt? Alter. Ja, genau. Echt jetzt. Ach, nein. Das liegt auf meiner Hälfte. Oh, nein. Ja. Okay, jetzt wirst du es wissen. Hä? Wie konnte ich den denn jetzt nicht safen? Weil du schlecht bist. Ganz einfach. Okay, der Ball glitzt sich rum. Komm. Nein! Was? Das war auch Fail, Alter. Der hat voll spät gesafed und so. Diese Runde gewinnst du nicht, Alter. Nee. Alles klar. Schau mal, er hat sich schon wieder rumgeportet. Was ist das denn? Keine Ahnung, manchmal glitscht sich der Ball voll rum. Beziehungsweise die Scheibe. Nein! Oh, geil. Hock dich auf die Scheibe rauf, mach das. Ich hab deinen Meisterball abgefangen. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Kannst du knicken, Junge. Was ist denn los hier, Alter? Oh, der ist komisch geflogen. Oh, fuck. Nee, Junge. Ich hab den Dreh raus. Jetzt werde ich dich zerstören. Weiß? Pfff. Weiß, ich stell mich extra hin, weil ich sie fangen will. Und die kriegt die Scheibe auf dem Hinterkopf. Oh, scheiße. Das Problem ist mein Video. Es geht schon länger als 15 Minuten. Nein, nein, nein. Alles klar. Macht aber schon Spaß, ne? Oh, fuck. Ja, das Spiel ist geil. Vielmehr, es macht schon Laune. Ach, Mann. Wie kriegt es sie hin? Oh, yeah. Nein, nein. Ja. Nein. Alles klar. Okay, das war lächerlich. Was? Das gibt's nicht. Ich sag das meiner Mama. Mama! Ja, mach nur. Alter, das gibt's nicht. Wie, ich hab schon Video gewonnen? Ich hab's gar nicht gecheckt. Ich hab gar nicht gecheckt. Ich hab gerade von einem 5-Jährigen kassiert. Ja, du unterschätzt die Kindergartenkinder nicht. Ich bin der Stärkste im Hof. Ich bin der Stärkste im Hof. Okay, dann wird... Wir zacken. Wir beenden. Bei der Aufseherin im Schnipfer. Im Schnipfer. Ey, ich deal hier damit, okay? Ich deal hier damit, okay? So. Ich würd aber sagen, wir beenden das Video jetzt hier an der Stelle. Weil wenn wir noch ein Match machen... Ich will nicht so 30 Minuten Videos hochladen. Ja, das stimmt. Deswegen beenden wir es hier an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das hoffe ich euch auch erstmal, ne? Und wünsche euch dann noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.